Wir brauchen mehr erschwingliche Elektromobilität und hier hinter mir könnte ein ganz heißer Kandidat für dieses Thema stehen. Das ist der nagelneue Skoda L-Rock. Und so sieht der Schlüssel aus zum L-Rock. Verriegeln, Kofferraum öffnen, entriegeln und hinten drauf der geflügelte Skoda-Pfeil. Und in diesem Video zeige ich dir, wie gut der L-Rock verarbeitet ist, wie gut ich vorne und hinten sitze, wie viel in den Kofferraum passt und was er am Ende dann tatsächlich kostet. Und das Ganze ist für dich wie immer kostenlos, dank unserem Partner leasingmarkt.de, Deutschlands Nummer 1 beim Thema Autoleasing. Die allerheißesten Leasing-Deals habe ich dir hier unter dem Video verlinkt. Gerne mal draufklicken, vorbeischauen und deinen Traumwagen finden. In diesem Testwagen steckt unter der Haube nur Leistungselektronik und ein einzelner Motor an der Hinterachse mit 210 kW, also 285 PS und 540 Nm Drehmoment. Wir gucken uns den L-Rock also als L-Rock 85 an. Es gibt den L-Rock außerdem noch als L-Rock 50. Der hat dann eine kleinere Batterie. Wie viel die kleiner ist, dazu komme ich später mehr. Und der hat auch etwas weniger Leistung, hat dann aber genauso wie der L-Rock 85 auch Heckantrieb. Und es kommt dann Mitte nächsten Jahres auch noch der L-Rock X, also ein L-Rock mit Allradantrieb bestellbar. Soll der werden entweder bereits Ende diesen Jahres oder Anfang nächsten Jahres. Der L-Rock ist, und jetzt habe ich mein Handy in der Hand für diese ganzen Zahlen, denn ich will es mir für euch mal ein bisschen einordnen, 4,49 Meter lang bei einem Radstand von 2,77 Meter. Der Design bzw. der Entwicklungsauftrag des L-Rock war von Skodas Seiten aus, einen elektrischen Karock zu entwickeln. Ein elektrischer Karock, also ein L-Rock. Der L-Rock ist 11 Zentimeter länger als ein Karock. Und jetzt könnte man ja meinen, um Gottes Willen, wie groß ist der Karock geworden? Das war ja vorher schon kein ganz kleines Auto, aber der L-Rock ist auch immer noch 17 Zentimeter kürzer als der Enyaq. Er ist also bedeutend näher am Karock als am Enyaq dran, ordnet sich da also relativ gut dazwischen ein. Und um jetzt die Verwirrung ganz besonders perfekt zu machen, noch eine weitere Zahl. Ein aktueller Golf 8 ist 4,28 Meter lang, also nochmal 10 Zentimeter kürzer als ein aktueller Karock. Die Außenfarbe heißt hier in diesem Fall übrigens Timiano Grün. Insgesamt stehen neun Außenfarben zur Verfügung. Dieses Timiano Grün gibt es aber bisher ausschließlich für den L-Rock. In der Basis rollt der L-Rock 85 auf 19 Zoll Alufelgen. Es gibt sonderausstattungspflichtige 20 Zöller, die sind hier auch drauf montiert. Die Reifen haben dann eine Dimension von 2,35, 50 R20. Er ist 1,88 Meter breit, das allerdings ohne Außenspiegel. Die technischen Daten sind noch nicht ganz vollständig in der Homologation, deshalb haben wir noch nicht die offizielle Breite mit Außenspiegeln. Er hat dabei aber eine Höhe von 1,66 Meter. In den Kofferraum passen 470 Liter hinein. Die Zuladung beträgt ordentliche 531 Kilo. Die Heckklappe kann ich entweder mit dem Schlüssel oder mit einem Taster in der Klappe oder per Fußgeste öffnen und auch wieder schließen. Wenn ich die Rückbank umklappe, was im Verhältnis 60 zu 40 geschieht, dann bekomme ich ein maximales Ladevolumen von 1580 Litern. Und dann gibt es hier im Kofferraum noch ein paar nagelneue Simply Clever Features zu entdecken. Nummer 1 ist dieses Ablagenetz für das Typ 2 Ladekabel. Das ist echt praktisch, denn so habe ich da Zugriff drauf, ohne dass ich den Kofferraum leerräumen muss. Punkt Nummer 2, das sind diese Ablagen hier hinten. Da habe ich nochmal zusätzliche Staufächer auf der linken und auch auf der rechten Seite, wo ich meine Sachen verstauen kann. Der nächste Punkt ist dieser QR-Code. Das kennt man schon vom neuen Superb. Da werden alle Simply Clever Feature erklärt. Und der letzte Punkt, den ich euch jetzt nennen will, das ist die versetzbare Hutablage. Die kann ich nämlich nicht nur nach hier oben setzen, sondern auch hier hinten, guckt mal, eine Etage tiefer weiter einhängen. Und dann habe ich hier so einen zweietagigen Kofferraum. Und dann kann ich diese Hutablage auch tatsächlich mit immerhin 3 Kilo belasten. Ich finde das sehr, sehr praktisch für den Alltag. Und wer möchte oder muss, kann mit dem L-Rock auch Anhänger ziehen. 750 Kilo dürfen die Anhänger wiegen, wenn sie ungebremst sind und maximal 1000 Kilo, wenn sie gebremst sind. Die Anhängerkupplung hat dabei eine Stützlast von 75 Kilo. Gleiches gilt für die Dachlast. Die liegt hier auch bei 75 Kilo. Die Ladeleistung beträgt 175 KW. Zumindest beim L-Rock 85, also bei dem hier per CCS-Anschluss. Damit schafft er den Sprung von 10 auf 80 Prozent in 28 Minuten. Die beiden kleineren Varianten, also der bereits verfügbare L-Rock 50 und der noch verfügbar werdende L-Rock 60, die laden etwas langsamer mit etwas weniger Leistung, schaffen den 10-80 Sprung aber durch den kleineren Akku etwas schneller, nämlich in 24 Minuten. Die Akkukapazität vom L-Rock 85 liegt dann bei 77 Kilowattstunden netto, also nutzbarem Energieinhalt. Und damit kommt das Auto laut neuem Elektroautoverbrauchszyklus 540 bis 560 Kilometer weit. Preislich geht es beim L-Rock los bei 33.900 Euro. Dann aber natürlich für den kleinen L-Rock 50 und nackt, wie man so schön sagt, also ohne Sonderausstattung, das Basismodell. Damit er so dasteht wie dieser L-Rock 85, landet ihr bei 55.000 Euro. Wenn du jetzt sagst, das ist mir viel zu viel Geld, ich gucke lieber mal auf den Gebrauchtmarkt, dann schütze dich beim Gebrauchtwagenkauf mit der Hilfe von carvertical.com. Das ist ein Service, der gibt dir Aufschluss über die Historie deines Gebrauchtwagens. Einfach auf der Website die Fahrzeugidentifikationsnummer eingeben und dann bekommst du einen Damage Report, der dir sagt, gibt es irgendwelche bekannten Vorschäden? Ist der Kilometerstand richtig so oder hat den einer verdreht? War das Auto mal als Taxi oder als Mietwagen im Einsatz? Gibt es irgendwelche bekannten Titel oder ist das Ding mal irgendwo als gestohlen gemeldet gewesen? Wie viele Vorbesitzer hat er es eigentlich? Und ganz wichtig, handelt es sich bei deinem Wunschgebrauchten vielleicht um ein Importfahrzeug? Und deshalb ist der Preis so günstig, der Verkäufer sagt es dir nur nicht. All das erfährst du im carverticaldamage Report. Und das Beste ist, carvertical hat sogar nochmal einen Rabattcode rausgelassen mit dem Gutscheincode ASPHALTART. Bekommst du 20% auf diesen Service oder noch einfacher den Link hier in der Videobeschreibung benutzen und deinen Gebrauchten mit der Hilfe von carvertical.com abchecken. Also danke fürs Werbungsschauen und danke an Carvertical für die Unterstützung. Sonst wären diese Videos nicht möglich. Wir werfen jetzt nochmal einen kurzen Blick auf das Design vom L-Rock. Dominiert wird das Design an der Front vom sogenannten Tech Deck, also der Abdeckung, hinter der sich die ganze Sensortechnik verbirgt. Es gibt also keine Huckel und Höcker und keine, wie man so schon sagt, Taxi-Schilder, wie bei anderen Herstellern irgendwo auf dem Auto, auf dem Dach, keine Knubbel. Die gesamte Sensortechnik befindet sich dort dahinter. Es gibt den L-Rock auch in der limitierten First Edition. Da ist dieses Tech Deck dann nochmal mit solchen Lichtelementen ausgestattet. Finde ich deutlich ansprechender optisch als diese Version. Ich habe aber gehört, dass es diese Ausstattungsvariante mit diesem beleuchteten Tech Deck später dann auch noch für die Fahrzeuge außerhalb der First Edition geben soll. Wir haben dann hier im oberen Bereich eine Tagfahr-LED-Braue und darunter abgesetzt dann die Scheinwerfer. Hier verbirgt sich auch Matrix-LED-Technik drin. Das ist allerdings eine aufpresspflichtige Sonderausstattung. Ansonsten hat der L-Rock einen sehr guten CW-Wert. Die Luft wird hier dann auch abgeleitet. Diese ganzen Durchlässe sind tatsächlich funktional. Die sind echt, die dienen der Aerodynamik, damit der Staudruck hier verringert wird. Und beim L-Rock kommt am gesamten Fahrzeug das sogenannte Unique Dark Chrome zum Einsatz. Also kein hochglänzendes Chrom mehr, sondern eher dunklere, gedecktere Akzente. Das finde ich persönlich schöner. Und noch eine Neuerung, hier auf der Motorhaube prangt der Skoda-Schriftzug und nicht mehr der geflügelte Pfeil. Die Seitenansicht erinnert mich persönlich dann sehr stark an einen Enyaq. Wenn man die Front nicht sieht, könnte man die beiden fast verwechseln. Ich finde, das liegt insbesondere an diesem Element hier. Das ist so ein Design-Element, ist nicht funktional, kein Luftausströmer oder sowas. Hier hat der Enyaq ja sonst auch diese Kiemen. Beim RS gibt es dann sogar noch ein RS-Badge. Und natürlich habe ich gefragt, wird es einen L-Rock RS geben? Ich interpretiere das mal als durchaus möglich. Versprechen kann ich aber nichts. Und zu einer konkreten Aussage würde sich auch niemand hinreißen lassen. Und es gibt noch ein zweites Detail, was mich extrem an den Enyaq erinnert. Nämlich diese Kollegen hier, die Außenspiegel. Da habe ich den Eindruck, dass das sogar die identischen Bauteile sind, genauso wie am Enyaq. Und am Heck gibt es dann die von Skoda schon bekannten Rückleuchten. Auch hier die unverkennbare Ähnlichkeit zum großen Bruder. Auch der Dachkantenspoiler erinnert sehr daran. Ist aber mit so einem geriffelten Kunststoff so ein bisschen robuster gehalten. Und robust ist auch ein gutes Stichwort hier im Design. Denn dieser gesamte Heckstoßfänger ist auch aus einem genarbten Kunststoff gefertigt. Und dadurch wirkt der L-Rock einfach so ein bisschen robuster, verspielter, outdooriger, nenne ich es mal, als sein großer und vielleicht etwas seriöserer Bruder, der Enyaq. Mit 1,84 Meter sitze ich im L-Rock vorne sehr bequem. Ich habe genug Platz. Ich fühle mich hier auch sehr luftig aufgehoben. Überhaupt nicht eingeengt. Finde auch einen sehr angenehmen Platz. Und meinen Ellenbogen hier. Habe auch wirklich schnell diese Fahrposition gefunden. Ich habe den Eindruck, ich sitze für ein Elektroauto verhältnismäßig tief. Das finde ich persönlich angenehm. Bei vielen anderen Elektroautos habe ich immer den Eindruck, ich sitze so zu hoch. So ein bisschen wie auf so einem Küchenstuhl. Weil man eben auf dem Batteriepaket drauf sitzt. Das finde ich hier etwas angenehmer gelöst. Und so komme ich mit 1,84 Meter auch wirklich überall gut ran. Und obwohl ich mich keinesfalls eingeengt fühle, merke ich dennoch komischerweise sofort, dass ich in einem kleineren Fahrzeug als in einem Enyaq sitze, das finde ich so aufs Erste hineinfühlen. Aber gut. Denn man muss ganz einfach sagen, der Enyaq ist wirklich ein Riesenfahrzeug. Und ich merke das jedes Mal wieder, wenn ich mit diesem Trümmer bei mir zu Hause in die Tiefgarage fahre oder in der Stadt mal in eine enge Parklücke muss. Da würde ich mir doch immer mal wieder wünschen, dass ich was Kompakteres hätte. Und das könnte der L-Rock durchaus bieten. Der Aufbau des Innenraums ist dann ganz klassisch. Und ganz genauso wie im Enyaq oder zum Beispiel auch im aktuellen Octavia. Wir haben hier diese Treppenarchitektur im L-Rock. Ist das noch so ein bisschen auf die Spitze getrieben durch diese Zweifarbigkeit? Mir persönlich ist das etwas zu unruhig. Hier oben dunkel, ist weich, alles gut. Dunkel, dann wirklich sehr hell. Dann noch mal eine farbige Kontrastnaht. Dann so ein Zierelement aus so einem genarbten Kunststoff. Dann noch mal eine leicht andere Farbe. Dann eine Ambiente-Lichtleiste. Und dann wieder schwarz. Wenn das mein Auto wäre, ist sicherlich auch eine Konfigurationsfrage, dann würde ich das etwas unauffälliger konfigurieren. Was aber viel wichtiger für mich ist, es ist diese Knöpfe-Batterie hier unten geblieben mit den wichtigsten Funktionen in der Schnellwahl. Das finde ich sehr angenehm. Dazu gibt es das neue, die neueste MIB-Version, also der neueste modulare Infotainment-Baukasten. Nicht wundern, das, was hier drauf läuft, ist noch eine Prototypen-Version. Und das ist noch nicht final. Wenn hier also mal was hängt, dann liegt das nicht daran, dass das System nicht gut ist. Wir kennen das System ja schon aus dem Superb zum Beispiel. Das ist 1A, läuft super schnell. Tolle Elektro-Auto-Routenplanung. Da gibt es wirklich gar nichts mehr. Diese hier, das liegt eben einfach an diesem Prototypen-Status. Ansonsten ist alles Skoda-typisch gut verarbeitet. Ich sehe wirklich nirgendwo irgendwelche Schwächen. Keine Nähte, die schlecht gemacht sind oder so. Das ist ein weiches Material. Auch hier, wo ich mich mit dem Knie anlehne, ist ein weiches Material, finde ich sehr, sehr gut. Das gefällt mir schon alles ziemlich gut. Und ich kann mir echt vorstellen, mich in dem Auto auch für lange Strecken sehr wohl zu fühlen. Und dann zum Schluss wieder die große Frage, ist er sein Geld wert? Und da sage ich jetzt direkt mal ja. Denn ich fühle mich so vom Look and Feel, als würde ich in einem Enyaq sitzen, der aber teurer ist. Und wenn ich mir jetzt dazu noch überlege, dass ich das Infotainment-System, das digitale Cockpit, das Multifunktionslenkrad, diese tolle Knöpfe-Batterie mit den Schnellweifunktionen und so weiter und so fort ja auch schon in meiner Grundausstattung bekomme, also für 33.900 Euro, muss ich persönlich an dieser Stelle sagen, Hut ab, Skoda. Das fühlt sich sehr ordentlich an. Hinter dem Lenkrad befindet sich ein kleiner digitaler Info-Screen, wo mir wirklich nur die wichtigsten Infos eingeblendet werden. Denn alles, was ich sonst wissen muss, erfahre ich über das große Augmented Reality-Header-Display, was wirklich super ablesbar ist. Dazu gibt es dann einen großen 13 Zoll großen Touchscreen. Das hier, wie gesagt, noch Vorserie. Apple CarPlay und Android Auto laufen hier selbstverständlich kabellos. In der Mittelkonsole habe ich zwei Becherhalter, kann die hier auch individualisieren. Und guckt mal hier, die haben auch diese Skoda-typischen Noppen, ein Simply Clever Feature. Kann ich da nämlich eine Flasche hineinstellen, die verhakt sich und ich kann sie mit einer Hand aufdrehen und auch wieder schließen. Sehr clever. Davor habe ich eine Ablage für zwei Telefone. Allerdings ist nur die linke Seite ein QI-Ladepad. Warum nicht auch die rechte? Und dahinter dann nochmal ein relativ großes Fach zum Reinwerfen und Vergessen verschiedener Dinge. Was ich aber echt praktisch finde, hier passt auch ein Brillen-Etui rein. Da muss ich es nicht irgendwo in der Tür verstauen. Und unterhalb von diesem Mitteltunnel gibt es hier nochmal ein wirklich großes Staufach. Da passt auch ganz entspannt mal eine 1 Liter Flasche rein, sogar zwei nebeneinander. Hier kann man also wirklich alles wegbekommen. Und weil das an Verstaumöglichkeiten ja noch nicht reicht, gibt es unter der Mittelarmlehne nochmal ein kleines Staufach. Diesen Einsatz kann ich auch rausnehmen und dann kommt hier nochmal ein etwas größeres Fach zum Vorschein. Hier kann ich dann auch nochmal mehrere 0,5 Liter Flaschen drin verstauen. Und die Sitze sind elektrisch einstellbar, haben eine Massagefunktion und auch zwei Memory-Positionen. Wie die auf der Langstrecke sind, kann ich hier im Fotostudio natürlich noch nicht sagen. Sie fühlen sich aber erstmal ziemlich gut an. Viel interessanter als den Platz hier vorne, finde ich jetzt aber den Platz hier hinten. Ich sitze mit 1,84 Meter hinter mir selbst. Der Fahrersitz ist auf mich eingestellt. Und ich habe noch richtig massig Kniefreiheit. Sehr deutlich mehr Kniefreiheit als in einem Karock. Hier machen sich die 11 Zentimeter mehr Fahrzeuglänge bemerkbar. Die Füße kann ich zur Hälfte unter den Fahrersitz drunter schieben. Der ist auf der untersten Position. Und auch am Kopf habe ich noch richtig viel Platz. Also ich fühle mich hier hinten wirklich richtig anständig aufgehoben. Das fühlt sich eigentlich schon gar nicht mehr nach einem SUV aus dem Kompaktsegment an. Ich habe dann hier hinten natürlich elektrische Fensterheber, habe solche auf Wunsch, solche integrierten Sonnenrollers mit hier drin. Das finde ich auch super praktisch, wenn man mit Kindern unterwegs ist. Es gibt eine dritte Klimazone, auch sehr interessant in dieser Fahrzeugklasse. Und Sitzheizung hinter Fahrer- und Beifahrersitz. Dazu zwei USB-C-Anschlüsse. Natürlich noch eine Mittelarmlehne mit zwei Becherhaltern. Die Mittelarmlehne ist auch so groß ausgeformt, dass hier zwei erwachsene Menschen ausgewachsener Größe angenehm nebeneinander sitzen können. Und es gibt natürlich auch noch individuelle Laser- und Einstiegsbeleuchtung. Und was ich auch wirklich entscheidend finde bei Autos, gerade wenn sie für den Familieneinsatz vorgesehen sind. Die Größe der Türtaschen im hinteren Bereich und hier geht tatsächlich auch eine 1,5 Liter Flasche hinein. Finde ich einfach angenehm, finde ich praktisch. Dazu kommen dann solche Details wie Isofix auf dem Beifahrersitz und natürlich hinter dem Beifahrersitz und hinter dem Fahrersitz. Der absolute Mega-Clou, liebe Škoda-Crew, wäre es jetzt noch gewesen, so ist jedenfalls mein Empfinden, wenn man dieses Auto noch ein Stück breiter gemacht hätte. Also so breit wie ein Enyaq ungefähr. Und dann hier auf diesem Mittelplatz noch ein drittes Paar Isofix-Bügel angeboten hätte. So, dass man im Auto insgesamt vier Stück gehabt hätte. Das fände ich noch wirklich wahnsinnig cool. Und für alle, die jetzt sagen, ja Moment mal, wenn ich drei Kinder habe, dann gehören da meistens zwei Erwachsene dazu, dann kaufe ich mir das Auto doch eh nicht. Ich persönlich habe relativ häufig die Situation, dass Freunde oder Verwandte sagen, die haben Kinder im gleichen Alter wie wir ein Kind haben, die sagen, ey, lass uns doch da und dahin einen Ausflug machen, wir wollen aber irgendwie nicht drei Autos mitnehmen. Ja, schade, wir haben nur zweimal Isofix im Auto. Dafür wäre das halt irgendwie eine coole Sache. Tja, und für wen ist dieses Auto jetzt gedacht? Skoda stellt sich seine Wunschkundschaft folgendermaßen vor. Junges Paar, ein Kind, aber nicht zwei Kinder, denn ab zwei Kinder bitte den Enyaq kaufen, bis ein Kind, gerne den Elrock, geht auch, wenn man kein Kind hat. Und ja, ich sehe das schon auch bei dem Auto. Ich meine, ich gehöre ja genau zu der Zielgruppe. Eine Familie mit einem Kind. Aber im selben Moment wünsche ich mir eigentlich fast schon eine noch kompaktere elektrische Mobilitätslösung. Denn der Elrock, wenn wir mal ganz ehrlich sein, ist kein kleines Auto mit elf Zentimeter mehr Fahrzeuglänge als der Karrock. Und ja, es ist nice to have, hier mit vier Erwachsenen hinten auf der Rücksitzbank sitzen zu können. Aber das brauche ich ja in diesem Szenario eigentlich nicht unbedingt. Und da würde ich ganz persönlich, wenn ich vor dieser Entscheidung stehen würde, tatsächlich überlegen, ob ich nicht vielleicht doch noch so lange, bis wir hier in einer kompakteren Form elektrische Mobilität haben, zu einem Karrock greife. Da habe ich auch einen ordentlichen Kofferraum, da kriege ich hinten auch einen Kindersitz rein, da kann ich auch zu zweit oder auch mal zu viert ordentlich drin sitzen und brauche aber eben weniger Platz. Was ich aber cool finde, ist, dass hier im Elrock, genauso wie eben im Enyaq, die große 85-KWh-Batterie gibt, sodass dieses Auto, auch wenn das eher so abzielt auf den urbaneren täglichen elektrischen Bedarf, durchaus geeignet ist, um hier auch wirklich Langstrecke mitzufahren. Genauso eben die Ladezeit von nur 28 Minuten von 10 auf 80 Prozent. Ich bin gespannt, wie der sich tatsächlich auf der Straße schlägt. Vielleicht begeistert er mich ja auch total. Mich würde jetzt deine Meinung interessieren. Schreib die mal in die Kommentare. Team Enyaq, Team Elrock oder doch lieber Team Karrock, würde ich gerne wissen. Wenn du den Kanal abonnierst, verpasst du auch keine weiteren Videos. Und jetzt bleibt mir nur noch die Verabschiedung. Und ich sage, wie immer, bleibt in Fahrt, euer Eckhardt.